Where is Sonja? What have you done? Der hat auch einen Akku gebäckert, Tamil. Hallo! Du weisst nicht, der ist heute her, Töbli. Komm und schieb doch! Hüte! Töbli! Hüte mich anhanden. Weisst du, wie Menge Österreicher es braucht, für das Untersee-Bot zu versenken? Halt mal den Ratsstöfe! Es ist wirklich nicht die Gelegenheit, um noch Österreicher mitzumachen. Dann wäre Tamil ein bisschen besser. Sonja! Nein, Ibi Kumar. Von Bollywood. Keine TV. Ja, aber warum hat er versucht, dich zu töten? Vielleicht ist er sehr wütend mit mir. Ich lasse den Ratsstöfe. Vielleicht sind sie sehr wütend. Du lasse den Ratsstöfe? Ja. Du bist von Bollywood? Ja. Ich war für Pirja. Ein großer Heroin von Bollywood. Sehr groß. Sehr groß. Und... warum sind Sie jetzt... ...kooking für die Hüte? Sie? I lost my heart in the supermarket. Und die sind nicht weg. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Ich kann nicht weg. Ich habe den Dämmen im Wald gefunden. Ich kenne den nicht. Innen im Wald, ja? Wird er sofort etwas machen? Verdammt! Schreien Sie hier nicht so rum. Ich habe das Gesetz nicht gemacht oder erfunden. Ich kenne den nicht. Adieu. Schau dann. Jetzt noch nicht mehr. Verzeihung. Ja. Komm, hau sie weg. Ficke. Hey. Hey, was ist mit dem Ratschen? Der hat Glück gehabt. Ja, was? Der hat sich nur den Fuss gebrochen. Du, der Ratschen hat den Kinder mit Drogenmuten. Nein. Das glaube ich nicht. Ja, ganz sicher. Du musst im Fall keine Angst haben. Es merkt niemand etwas. Alles ist Bauer beseitigt. Jetzt gerät im Dorf. Die Polizei erfahrt nichts. Gut. Und jetzt? Jetzt müssen wir aufpassen. Es ist viel zu gefährlich im Hirsch. Für den Ratschen. Du. Können wir es nicht nochmal versuchen, mich hier zu verstecken? Hm? Er könnte ja sogar hier kochen. Und wir holen das Essen und bringen es über den Hinterhof in Hirsch. Ein super Plan. Du bist nicht ganz gebacken, oder? Nein. Kannst du vielleicht einmal auch noch an andere denken? Immer nur so, wie es dir passt. Verlobung. Ohne Anträge. Ohne Ring. Runeau. Chalet. Hirsche. Fressen oder sterben. Dammi nochmal. Du bist genau so ein gestört Egoist wie deine Pönzli-Mutter. Ich habe den gestört Egoist. Wo hat er denn gekauft, was er so verschissen ging mit deinen Superplänen? Der gestörte Egoist hat er gekauft. Dein Schissfreund mit dem Stutz von seiner Pönzli-Mutter. Ich weiss ganz genau, dass der Hirscher scheissegau ist und die Schale und sogar der Ratsch, aber anders wie ein Neger. Ohne. Ich sage dir jetzt etwas. Du, du musst ja unbedingt mit ihren blöden Eintag tauchen und du bist ja das erste Mal so richtig gebraucht wirst. Wo gehst du hin? Mag ich behandel? Ja, das ist mir aus, I've tragen, das wieder. Ja, ich würde das gerne. Lass mich durch. Oh, oh! Ma'am? Ma'am? Oh, my God. Ma'am? 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 I'm sorry, Ma'am. I'm sorry, Ma'am. I'm sorry, Ma'am. Untertitelung des ZDF, 2020 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 What a beautiful ring. You must really love her very much. Yes. Sir, very much.